Hi! Und auch heute eine Botschaft von deiner Zwillingsflamme. Zwei Karten hätten wir gerne. Zwei Karten hätten wir gerne. Genau. Zwei Karten hätten wir gerne. So, erkenne die wahren Sinne Liebe und sei lebensfroh und glücklich. Wahre Liebe gestaltet aus Fremden etwas Freude. Schenke dir selbst Liebe im Hier und Jetzt, sagt er dir. Und ich habe die Kraft, Nein zu sagen und zu gehen, aber ihr seid Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Ja, und du wirst mehr geliebt, als du denkst.